Was geht ab Leute, nur der Leute Games und willkommen zurück zu Dragon Ball Z. Heizen wir den Cyborgs mal ordentlich ein. Was geht's? Auch wenn er mit Gott fusioniert ist, er würde nie im Leben so stark sein, um ihn zu besiegen. Wie kann er sich eigentlich abschwingen? Mein Gott, ey. Aus. Der letzte sitzt immer, ne? Ja, das wollte ich sehen. Aber ich glaube, ich kann das noch ein bisschen ausbauen. Das ist immer so fies. Okay. Ich kann die Transformation noch machen. Ich muss aufpassen. Der absorbiert bestimmt Schaden damit. Wir warten einfach. Perfekt angegriffen nach der Attacke. Danach kann man nicht. Äh, danach kannst du gar nicht mehr machen. Wir sind ein bisschen zu langsam. Ey, der macht mir aber nicht viel Schaden. Ah, das ist einfach nur ein Schutzwall. Der absorbiert damit gar nichts, was gut ist. Ich komme dann auch nicht zu nah, wenn er das macht. Und ich will doch nur durch 5000 Berge kloppen. Kann ich das nicht brechen? Kann ich nicht. Ich muss ja auch irgendwann angreifen. Oh, das hat gesessen. Oh, das sitzt. Immer noch eine megastarke Attacke. Vielleicht hat er uns nicht entgegenzusetzen. Dann kann er immer eine Attacke starten. So ist gut. Das muss ich immer machen, wenn er erst mal ist. Oh, das stößt mich auch weg. Okay. Alter, ich sage es aber, ist egal. Der macht irgendwie zu wenig Erzarten. Trotzdem wird es nicht genug sein. Los, zeig dich. Das bringt was. Aber wenn er nicht diesen scheiß Energiefelm-Teildingens machen würde. Kampf dauert viel zu lange. == 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 Ah, der soll aufhören damit. Der hat doch gleich schon versagt. Perfekt. Es sollte A geben. Auch es. Ganz ein bisschen langsam. Ja, der kann nicht mehr. Ja. 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 Aber das ist doch egal. Es ist auch schon klar, dass wir die Bewerbung zu bekommen haben. Ich werde dich nicht so schuldig machen. Das ist doch egal. Ich werde weg, Jun. Das ist nicht so groß, Jun. Hm. Komm, komm. Wenn du nicht so schuldig hast, dann... Du bist so schuldig! Verdammt! Was ist das so? Ich bin erinnert, dass du das Wasser nicht glaubt. Ich bin den Sinn, dass du das Wasser nicht glaubt. Herr, du hast mich nicht erklärt, was ich nicht zu tun? Kuriri, ich bin von Bulma. Ich habe mich gerade wieder aufgeteilt. Ich habe mich nicht mehr aufgeteilt. Hallo, Khrinik. Ich habe einen Schicksal des Menschen. Ich habe einen Schicksal. Ja. Die 17-18-Runde sind die Anrufe der Anrufe des急bedürfers. Wenn man sich die Bewegung aufzunehmen, kann man schnell verletzen. Ich habe einen Schicksal. Ich habe einen Schicksal. Ich habe einen Schicksal. Das ist ein Kontrollverlust. Ich bin mit Piccolo. Ich bin mit Piccolo. Das ist ein Wunderbar! Ich bin mit dem, was ich nicht mehr so tun. Ich bin mit dem, was ich nicht mehr so tun. Ich bin mit dem, was ich nicht mehr so tun. Die Zeit ist nicht lange vorbei. Das ist ein Kontrollverlust? Aber wenn man nicht mehr von 10 Meter entfernt hat, dann muss man sich nicht mehr aufhören. Und ich habe den Begeeta geholfen, aber ich habe den Begeeta geholfen für alle. Das ist das, was für die Gehäuser. Sie sind in der Kirche, also in der Kirche. Krillin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin. Perfüren! Huffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuff…… Wie ist das? Der diezme Jay-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin? Alle sind in der Ferne, die Spielzeit calibre, bis er los. Entschuldigung, genau! Geh! Geh! 17-5! Ich habe es geschafft. Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist gut, was ich. Du bist so schnell weg. Ich werde die Celle verletzen. Was ist das, 16.5? Ich werde das nicht verletzen! Ich werde das nicht verletzen! Du bist ein guter Mann. Du hast keine Menschen und Menschen. Du hast keine Ahnung. Du hast eine Ahnung. Ich bin froh. Hells-Cross! Wie war es so stark? Der 16. Es ist noch nicht! Unbelehrbar. Zweite Stufe. Unbelehrbar. I'm sorry, Chaos. I might die. I thought you'd be able to run away from me. I'm surprised at the speed of my 17-5. Das war's für mich. Wie geht es mit dem Power? 16. Jetzt ist es dein Ding, 18. Wir werden mit einem vollen Teil. Hm? Was ist das? Ich werde schnell weg. Was ist das? Ich werde schnell weg. Es ist so weit. Boah, der erste Kampf gegen Cell. Erstmal Super Saiyajin. Wollen wir mal stärker als Kaioken mal, wie wir es verbinden könnten. Das wäre geil. Oh, der ist schon stark, ey. Oh, scheiße, der ist aber auch stark. Genki-Dama dauert ein bisschen lange. Ah, dazu entkommen wir schwer. Genki-Dama ist echt mitunter das stärkste. Ei, ei, ei. Oh, das wird nicht einfach, ey. Sofort gekontert. Oh, das war. Oh, das war. Oh, das war. Oh, das ist gut. Oh, das war. Das war's.